Geht's ganz von vorne? Ja, ne? Ja. Ich suche hier, Jungs, check diese Hütte. Das war nicht so gut. Ich spiel mir den Arsch an. Ich werde draußen umsehen. Jungs, Luftcheck die Hütte. Oh, verdammt! Ach, komm schon. Wirklich? Nein. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich spiel mir den Arsch an. Ich sehe in diesem Bereich nach. Du, such da unten. Natürlich, wo wurde ich entdeckt? Wer? Wie? Wie? Amen. Na, wo seid ihr? Die Märzern, ihr seid immer noch aggro? Müsst ihr doch gar nicht wissen, wo ich bin. Die sind in der Tat noch aggro, obwohl sie nicht wissen durften, wo ich bin. Ja, natürlich. Was habt ihr gesehen? Die Märzern, ihr seid immer noch aggro. Okay. Wo geh ich lang? Wo sind sie? Wo sind sie? Kannst du mir mal erklären, wo die mich jetzt schon wieder gesehen haben? Okay. Wo geh ich lang? Gut, die haben mich scheinbar bemerkt, aber wissen nicht, wo ich bin. Okay, gut. Klingt fair. Geh mich da hin. Was gesehen? Jetzt nicht. Weiter suchen. Suchen wir draußen. Du, sieh da drüben nach. Gut, versuchen wir uns mal denen zu nähern. Gethame. Puh, du, sieh das Bau. tonáeses. Beine. Tut, pau, 혹시 nicht, gar nicht, tecidos? Tut, row, ist keine freine. serie Stein. Tut so Cube. Tut diese einfund mit imUN switcheden. Du? Ente banen Frech. Wie sieht's aus? Willi, hast du gefunden? Hier ist offen. Suchen wir weiter. Wir suchen draußen. Du, schau dich da drüben um. Du, schau dich da drüben um. Ich gehe hier lang und dann hier lang und tschüss. Das trifft es ganz gut hier. Ich gehe hier lang und tschüss. Hm. Gut, vielleicht kann ich in der Stelle hier jemanden erwischen Wenn er nämlich öfters diesen Kreis hier zieht Der obere Typ mich nicht sieht Klappt's vielleicht Und nichts? Irgendwas gesehen? Ja auch nichts Weitersuchen Gehe hier lang Geht er jetzt den unteren Weg? Perfekt Die obere gerade ziemlich weit weg ist, ist das super Das ist so gemein Die kriegen mich halt sofort mit, wenn ich angreife Ich muss jedes Mal wieder sofort in Deckung gehen Egal wann, wie und wo Ich will das erledigen und heimgehen Ich frieh mir den Arsch ab Ich werde drüben suchen Du, los, schau unten nach Natürlich wurde ich direkt wieder in Sekt Wenn, was auch sonst Nicht wissen, wo ich bin, ist ja Völlig unlogisch, ne? Ja Eben Wieso kann ich denn keine Leute lautlos killen Das nervt Das nervt Das nervt Das nervt Das nervt Gebe suchen bitte. Hier, Jungs. Geh da drüben. Geh da drüben. Na komm. Du solltest jetzt wirklich keine Ahnung haben, wo ich bin. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Warum bleibt der denn die ganze Zeit jetzt da stehen? Ja. Nicht nur, dass er einfach Cheater-mäßig weiß, wo ich bin. Hat auch keine Lust mehr, sich zu bewegen, oder was? Was? Jetzt, woher wissen die denn, wo ich bin? Willst du mich doch verarschen. Ey, das ist ein schlechter Scherz. Woher wissen die, wo ich bin? Ich will das erleben und heimgehen. Ich frieh mir den Arsch ab. Ich will das erleben und heimgehen. Ich frieh mir den Arsch ab. Ich gehe hier lang. Du, die da drüben da. Ich frieh mir den Arsch ab. Ich füge dich noch. Ich frieh. Ich frieh. Ich frieh. Ich frieh. Mit mir! Okay. Wo gehe ich lang? Und wo sind sie? Eine gute Frage. Da sind sie. Super weit weg. Typischerweise. Vielleicht sollte ich sie wirklich versuchen mit Flaschen abzulenken oder sowas. Hm. Ach du Scheiße! Ach komm schon Ich will das erliegen und heimgehen. Ich frieh mir den Arsch ab. Ich werd mich hier außen umsehen. Du, los schau unten nach. Verdammter! Okay Ich will das erliegen und heimgehen. Ich frieh mir den Arsch ab. Sollte ich sie mit nem Bogen erledigen oder so vielleicht? Ich geh hier lang. Du, schau dich da drüben um. Sollte ich mich verletzen? Merkt haben sie mich natürlich trotzdem. Einfach scheißegal, was ich mache. D28 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 D30 D32 D30 D43 AER D28 D31 Amy D34 D35 D35 D24 D45 Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt schon auf Suchmodus sind oder noch nicht. Sie rennen noch eine Menge rum. Wo sind sie hin? Da ist einer. Okay. Ob ein anderer kommt? Ob er sich von hinten entschlägt oder so? Hm. Was zum... Natürlich, hat sich doch einer von hinten eingeschlichen. Es ist doch zum Kotzen. Okay. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich frieh mir den Asch ab. Okay. 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 Ich suche hier. Wo? Such da unten. Hm? Hm? Ich bin echt im Überlegen. Ich glaube, ich mache das mit dem Bogen jetzt. Ich gehe aber nicht wahr sein. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich frieh mir den Arsch ab. Ich schaue mich hier um. Du, such da unten. Schnapp sie! Wo bist du? Ich werde hier suchen, Mann. Okay. Wo geh ich lang? Pfeil bitte wieder. So ruhig, als ob die mich hören könnten. Das ist so... Komisch. Besser auch nicht. Wo sind sie? Ich habe ganz genau gesehen, dass einer hier reingegangen ist. Wo ist der? Da. Du wirst mein nächstes Opfer. Ja, Mann! 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 Glaub ich, habe ich den Raum geuntersucht. Ja, oder? Ja. Kommen sie nicht? Hinten. Ja. Von wo? Ja. Ja klar Ja klar Was wo Ich war doch definitiv geschützt Was hat mich getroffen